Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Nach einigen Wochen Zwangspause ist es wieder soweit. Ihr seht ein neues Video von mir. Aber wieso habe ich diese Zwangspause gemacht? Das möchte ich euch jetzt erklären. Also, unmittelbar nachdem ich das letzte Video reingestellt habe, wurde mir leider mal ein Handy geklaut. Und es hat jetzt so einige Wochen gedauert, bis ich wieder ein neues Handy anschaffen konnte, welches eine gute Qualität hat. Und was soll ich sagen? Es geht jetzt weiter mit Flattis Rülpser. Also, dieses Video wird ein Rülps-Video werden. Und zwar habe ich in der Zeit, wo ich keine Videos drehen konnte, folgendes entdeckt. Selbst von Leitungswasser muss ich rülpsen. Also habe ich mir jetzt diese Flasche hier vollgemacht mit Leitungswasser. Die werde ich jetzt während des Videos austrinken. Und ihr werdet sehen, was für gute Rülpser daraus kommen. Hoffe ich mal. Los geht's. ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ich habe keine Ahnung warum das mit Leitungswasser auch so gut klappt, aber wenigstens kann ich jetzt gesund trinken und trotzdem gut trülpsen. Sicher, mit Kohlensäure würde ich noch jetzt viel besser rülpsen können, aber diese Rülpser die ihr jetzt durch das Leitungswasser hört, sind doch schon mal ein guter Anfang. Ah 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 Jetzt gehe ich aber richtig ab. Oh, 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 oh. So, die Wasserflasche ist soweit leer. Und damit ihr seht, dass das auch wirklich Leitungswasser ist. So, ich hoffe, ihr konntet das sehen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 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 Gurgle 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 Gurgh! 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 So, ich glaube ich habe mich jetzt langsam ausgeripst und ich denke mal das war es von mir. Also ihr könnt jetzt sicher sein, dass ich jetzt in der nächsten Zeit öfters mal wieder Videos drehen werde. Nicht nur mit Tröpsinn, sondern ich werde auch mal andere Talente zeigen. Unter anderem möchte ich euch mal in meinen nächsten Videos vielleicht mal zeigen oder vielleicht auch nicht, wie viel ich essen kann auf einmal. Und noch andere spannende Sachen erwarten euch. Gurgh! 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 Gurgh!